Hallo, ähm, ich bin der Sniper Let's Play und wir sind heute mit dem, äh, Randgrub, äh, Randgrub, äh, LM dabei, auch genannt als, äh, Shinigami. Ja, nicht ganz, es ist einfach Deutsch Randgruppe LM und, und das andere ist, ja, und das andere ist japanisch mit Shinigami, also, ja, ist jetzt aber nicht schlimm. Ja, wir, wir zocken nicht immer ein Team, sondern wir zocken gegeneinander. Ähm, ja, ich bin jetzt schon im Spiel drin. Ja, und ich komm dann jetzt, Mara. Gut, ich bin jetzt auch gerade im Spiel, oh Gott. Und schon, äh, hab ich dich gekehlt. Ja, irgendwie scheiße. Scheiße, jetzt hab ich voll wenig Mutti. Hä? Ich hab's in zwei Schläge. Scheiße. Red Team is now winning. Oh, Mann. Immer diese Wölfe, ich mag das eigentlich gar nicht mit denen. Oh, Gott. Gegen die scheiße Wölfe kommt man nie an. Ja, muss auch Wölfen. Ja. Du weißt schon, dass ich das war noch. Ja, ist mir schon klar. Red Team is now winning. Ich hab ne richtig geil Pistul, die richtig gut gegen Wölfe ankommt. Ach, du warst das. Scheiße. Ich bin gar nicht so schlecht. Zehn, zwei. Baby Wolf. Red Team is now winning. Ach, verdammt. Jetzt hängt's gerade. Ah, okay. Ach, Gott. Ich hau' ich jetzt ein bisschen mit meiner, äh, Pumpgun im Face. Was hast du denn für die Waffe? Keine Ahnung. Ähm, SZ 550 GL. Boah, du hast die Gold? Ja. Ach so, hast du bestimmt in der Glückskiste. Boah, das ist sehr schlecht. Ich hatte ne Sniper und hab meine Pistole rausgeholt, die gut auch gegen Headshots, also generell gut ist. Die macht gut Headshots. Red Team is now winning. Ah, das ist doch Müll. Hab, hab ich doch gesagt, die ist gut gegen, äh, also die Sniper, macht auch gut Headshots. Das war ich nicht. Ah, gegen zwei Wölfe kommt man auch gar nicht an. Ja. Red Team is now winning. Headshot. Baby Wolf. Ich geb' den Tipp, verwandel dich als Wolf und fertig. Ah, ich schaff das auch so. Hä? Ja. Wie dat? Ich schaff das auch so hin. Das hab ich bis jetzt immer so hingekriegt. Hast wie, äh, vielleicht Schuhe an oder so. Red Team is now winning. Ja, da, da kann man höher, äh, springen. Kann ich mal um zählen. Nö, eigentlich nicht. Ich bin drauf an. Baby Wolf. Nee, Schuhe, also Ausrüstung an sich hab ich gar nicht. Bei, bei, bei mein Char hab ich welche. Kein Wunder, dass ich 250 Leben hab. Oh Mann. Red Team is now winning. Der King, der King ist kaputt. Der King ist kaputt. Ah! Das war ein Headshot. Das war ein Quickscope. Äh, äh, ein Nosekoop. Quickscope, wie komm ich denn auf Quickscope? Verdammt. Drei gegen einen. Hat mir einer den verdammten Wolf vergessen. Hat mir einer den verdammten Wolf vergessen geholt. Baby Wolf. Verdammt. Red Team is now winning. Oh Mann. Wir können euch, äh, auch gleich mal gegeneinander so alle, allein tocken. Irgendwie. Können wir auch mal mahnen. Das mach ich öfters gegen, äh, also die nicht so, äh, grad gut sind. Also, du bist zwar schon gut, aber ähm, du hast ne 17 zu 16 und ich hab ne 25 zu 7. Ja, ich kann einfach mit Wolf nicht umgehen, das ist das Problem. Ja, dann, äh, machen wir gleich, äh, ein Mensch zu ihm. Ich will grad rausgehen, hä. Aber, äh, ist der nicht bei Kopfschütti Black Ops? Wir sind ja gar nicht da drin. Ich kann dir auch beibringen, wie man auch gut, ähm, mit Wolf umgehen kann. Ah, krieg ich bestimmt irgendwann mal raus. Die nächsten Tipps sind mal bei Spiele-Tipps. Aber auch gut. Ich hasse Schrotflinten. Die gehen einem so auf den Keks. Ich hab's, äh, ähm, ich hab alles dran gemacht an der, äh, Spurte, außerhalb, äh, Rotpunkt-Visier. Nein! Nein! Verdammt! Oh, Mann! Kommt man ja nie wirklich voran. A new face! Red Team is now winning. Ich mach gleich was. Voll blödes. Ich hab, ich hab, ich hab'n ganz guten, äh, Tiefschüss-Snipern, aber das ist noch, äh, mit na, mit ner Tastatur, also, äh, die man so anschließen kann. Sonst gibt's den Dreck. Schieße! Ich hab' mich, ich hab' mich zu schnell gedreht. Ich konnte nix sehen. Hä? Alter, ist schlimm hier. Red Team is now winning. Nein! Och. Du hattest so ne geile Waffe und ich so mit ner Sniper rumgegammelt, ey. Schade, ich hätt' nicht gerne gekriegt. Hm. Der andere hat sich abgefehlt, das war scheiße. Huiiii! Oh, Mann! Ich hab' nicht mal einen Schaden bekommen, wo ich runtergefallen will. Verdammt, ich hab' dich nicht erwischt. Ich hab' mir grad noch in den Rücken geschossen. Aua, meine Rücken! Soll' ich nicht mit ner Pistole machen, ey? Der King ist captured! Rival kill! Äh... 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 Ah, ich hol' sie mich auf. Du musst... Ja, du... Nein! 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 Ja, du... Ich hatte' ich... ... im Visier. Aber... ... nicht getroffen. Red Team ist... ... nicht getroffen. Aha! Boah! Boah! Dann ist doch noch ein Headshot. Er hat seine Zeit... Ich muss den Nose-Groben. Wäre Zeitverbrauch. Der eine will gegen mich snipen? Das ist ne schlechte Idee. Ach. Haha! Hey! Du hast ne... Äh... Da ist ne... Da ist ne Hypo-Team. Äh... Ja. Diese SVDR Modern. Ja, die kenn ich, die kenn ich. Null. Ich hab eben ne andere. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich bin nicht runtergefallen. Oh, du hast mich überhaupt nicht getroffen. Ja, ich hatte auch ne, äh... Ja, und damit kann man auch treffen. Das ist aber nicht so grad die beste Präzision. Mann! Ich hab' nen doch getroffen! Hä? Äh... Lol. Red Team is now winning. Macadamian-Nusse, ey. Guck' ich denn da drauf. So immer mit der Pistole, ey. Niemand mit der Sniper oder mit dem Maschinengewehr oder mit einer MP oder was es sonst noch gibt. Und mal mit der Pistole. Red Team is now winning. Ja. Ja. Voll erwischt, ey. Voll erwischt, ey. Da unten war einer. Baby Wolf. Da unten war einer. Ja, da unten war einer. Die Pistole. Die Pistole. Metal Wolf. Und den hab' ich gar nicht gekriegt. Aber jetzt, ey. Ja. 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 Ja, du bist runtergefallen. Ich hatte dich fast getroffen.